Alles Leben ist Begegnung, sagt Martin Buber. Wir feiern heute ein Fest der Begegnung, die Begegnung zwischen Maria und Elisabeth. Beide Frauen sind schwanger und haben ihren Platz im Heilsplan Gottes. Das erste Wort Gottes an Maria ist ein Gruß. Sei gegrüßt, du Begnadete. Maria drängt es, diesen Gruß an Elisabeth weiterzugeben. Elisabeth bricht darüber in Freude aus. Sie begegnet Maria einem Menschen und erfährt darin Gott. Maria antwortet darauf in ihrem Lob und Danklied. Allmächtiger, ewiger Gott, vom Heiligen Geist geführt, eilte Maria, die deinen Sohn in ihrem Schoss trug, zu ihrer Verwandten Elisabeth. Hilf auch uns, den Eingebungen deines Geistes zu folgen, damit wir vereint mit Maria deine Größe preisen. Er segne euch, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.